Mein Herz läuft Marathon! Marathon! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlag und Fertig und ihr fragt es euch sicher, haben wir neue Frisuren? Bisher nicht. Bisher nicht. Und die gute Nachricht ist für uns, die schlechte Nachricht für euch wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, es haben schon einige gehofft, dass zumindest einer von uns die Frisur von Toni Kroos annehmen muss. Ja, aber wir haben beide unseren Soll erfüllt. Du bist den Marathon unter drei Stunden gelaufen und ich den Halbmarathon auch unter drei Stunden. Aber auch unter zwei. Ich habe jetzt auch nochmal die Ergebnisse mir angeguckt. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht einfach von der Netto-Wertung weggehen und zur Brutto-Wertung hin. Da bist du nämlich mit zwei Stunden, zwei und 19 Sekunden gelistet. Also einen Schlupfloch würde ich noch finden. Ja, ja, ja. Nur weil ich nicht wie du in der ersten Reihe gestartet bin. Ich musste nämlich, das sind nämlich die exakt sieben Minuten, die ich warten musste, um überhaupt über die Startlinie zu gehen, weil da so dichtes Gedränge war. Ja, da gebe ich dir recht. Ich bin relativ weit vorne gestanden. Wir hatten beim Marathon hatten wir so Pacemaker, die waren mit Fahnen ausgestattet. Ich weiß nicht, wartet ihr das auch? Ja. Ja. Und da stand nämlich die drei Stunden Fahne relativ weit vorne, also an der ich mich orientieren konnte. Und deswegen bin ich natürlich dann gerade in der Brutto-Wertung relativ nah an meiner Netto-Zeit auch. Aber jetzt erzähl du erstmal. Du bist ja auch vor mir gestartet. Du warst ja ein bisschen früher dran. War das Aufstehen schon schwer? Das Aufstehen war eigentlich okay, aber man ist natürlich schon ein bisschen aufgeregt. Also diese Wettkampf-Nervosität stellt sich schon ein. Und ich hatte jetzt auch kein erholsames Wochenende in dem Sinne, weil, hatte ich ja glaube ich erzählt, wir waren freitags auf einer Hochzeit noch eingeladen. Und das ging auch irgendwie bis halb fünf oder so. Also war der Schlaf danach auf den Samstag schon mal nicht erholsam. Und kurz, weil ich hatte den strategischen Fehler gemacht. Wir hatten noch einen Freund aus Berlin zu Besuch, der Samstagmittag gekommen ist, der Sonntag den Halbmarathon mitgelaufen ist. Und erstmal kam der halt Samstagmittag und dann hatte ich auch noch den dummen Fehler gemacht, zu denken, dass es doch eine schöne Idee wäre, wenn wir doch gemeinsam ins Stadion gehen würden. Ja, war es doch auch, oder? Also war ja gutes Wetter. Ja, aber das Problem war, es war einer der meiner Meinung nach sinnloses Stadionbesuche meines Lebens, weil es wirklich so war, wir haben dann auf unseren Freund aus Berlin gewartet, denn die Bahn hatte natürlich Verspätung. Na klar. Ich glaube, die kam erst 12.48 Uhr an. Das ist spät. Und wir wollten den jetzt nicht, den jetzt, wenn um 13 Uhr das Spiel beginnt, ist es das spät. Und wir wollten den jetzt aber auch nicht alleine ins Stadion fahren lassen und haben dann da quasi gewartet. Plus, ich hatte auch irgendwie im Kopf, ich muss mich nochmal mit den Anschlusszeiten vertraut machen, dass es 13.30 Uhr startet. Aber es startet immer nur sonntags 13.30 Uhr, ne? Genau. Samstag ist 13 Uhr. Die perfekte Startzeit für so ein Spiel. Ne, dann bin ich halt Richtung Stadion gefahren und höre vom Beifahrersitz auf einmal, na toll, schon 1 zu 0. Und ich sage so, hä, das Spiel läuft doch noch gar nicht. Ja, du bist ja ein richtiger Fan. Ein richtiger Fan. Ja, aber komm, ich war auch wirklich mit sehr viel Schlafmangel an dem Tag gesegnet. Und ich finde, also ich drehe das um, dass ich überhaupt noch ins Stadion fahre, das macht mich zum richtigen Fan. Ja, okay. Lassen wir das mal so stehen, ja. Dann sind wir exakt zur zweiten Hälfte ins Stadion gekommen. Und dann gab es ja wenigstens auch nach drei Minuten direkt das 2-0. Aber danach war es das ja auch. Also da ist ja nichts mehr passiert im Spiel. Hättest du auch nochmal nach Hause fahren können. Nur für das eine Tour live ins Stadion. Mich im Block mal eben schlafen legen. Kurz ein Powernap. Ja, nee, deswegen war der Samstag jetzt auch nicht so erholsam, aber ich war dann früh schlafen. Und dann, wie gesagt, ich fand es tatsächlich ein bisschen früh für den Halbmarathon, weil man steht ja dann doch schon so um 7.30 Uhr oder so, 7 Uhr auf. Wenn man um 8.30 Uhr machte der Startblock auf in Deutz und du musst da ja erstmal noch hinkommen. Auf die Bahnen ist kein Verlass. Ja, vor allem war die halbe Stadt ja gesperrt. Genau, mit dem Auto macht es auch keinen Sinn. Also das war umständlich und bin dann tatsächlich mit dem Fahrrad gefahren, was aber auch kalt war. Oh ja, morgens war es noch echt frisch. Also das Wetter an dem Tag war ja top, aber es waren ja glaube ich morgens 6 Grad oder so. Ja, plus den Fahrtwind. Nicht angenehm, aber dann warst du auf jeden Fall wach, als du in Deutz angekommen bist. Da war ich wirklich wach und zwar so richtig. So und dann waren wir halt in Deutz und da waren ja Massen von Menschen. Ich glaube nämlich den Halbmarathon sind ja glaube ich 15.000 oder so gelaufen. Ja, irgendwie so im Dreh. Bei uns war auch schon viel. Ich glaube es sind im Endeffekt 6.000 von 7.000 Gemeldeten beim Marathon angetreten. Aber selbst da war alles also pickepacke voll. Plus die Begleitpersonen, die natürlich am Start auch noch angefeuert haben. Beziehungsweise mental unterstützt haben. Und da war wirklich die Hölle los. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das bei euch war. Mit zwei Startblöcken noch mehr glaube ich. Oder drei. Ja, ich glaube es gab fünf Startblöcke oder sechs sogar. Und ich war eben im zweiten Startblock. Weswegen ich auch diese Bruttozeit habe. Weil natürlich der erste Startblock zuerst über die Startlinie darf. Na klar. Ja, so ist das nämlich. Und ja dann ging die Zeit aber relativ flott da rum bis zum Start. Was ja so ein bisschen schade ist. Oder was heißt schade? Es war halt schon noch kalt, sodass man dann quasi ja extra einen Pulli mit hatte, den man wegwirft quasi. Den hängt man ja dann da übers Geländer. Und der wird dann glaube ich als Altkleider gespendet. Aber das finde ich ist irgendwie, ich hätte den Pulli auch behalten. Ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht die optimale Lösung. Bei dir war es, war es da schon warm genug? Nee, nee, also ich bin auch, gut, alles ein bisschen später. Ihr seid gestartet, da war ich ungefähr am Rudolfplatz. Aber ich musste auch gucken, wie komme ich irgendwie in die Stadt rein. Weil ich habe mich mit Freunden am Rudolfplatz getroffen. Und wir sind dann zusammen weiter. Ich hatte mein Laufoutfit an, aber habe extra dann einen Pulli angezogen, dem ich mich entledigen kann. So, aber ich musste dann auch zum Rudolfplatz, bin dann am Rudolfplatz angekommen. Und da ist dann gerade die Spitze des Halbmarathons am Rudolfplatz langgelaufen. Das war ja bei euch so Kilometer 2,6 oder so. Da habe ich da schon erstes Feeling aufsaugen können. So, und dann sind wir weiter Hansaringen und dann umgestiegen in die S-Bahn, weil es war wirklich nicht so einfach rüber zu kommen nach Deutz. Und auch da haben wir den Führenden des Halbmarathons gesehen. Da standen wir oben am Hansaringen an der S-Bahn-Haltestelle. Und dann kam der irgendwie, das war Kilometer 15, 16. Und ich glaube, der war da zwischen 45 und 50 Minuten unterwegs, irgend sowas. Ich habe mal geguckt, ich glaube, der ist eine Stunde vier gelaufen insgesamt. Also der war flott. Der war flott und der war vor allem alleine unterwegs. Ja, aber ich glaube, in seiner Brutto-Zeit war der auch über zwei Stunden. Du hast ja ganz hinten gestartet. Genau, du musst erst mal das Feld aufholen. Ja, das muss ich sagen. Trotzdem, dass ich so weit vorne war, war das für mich am Anfang ein kleines Hindernis, dass ich irgendwie meine Position finde. Ich war dann zwar relativ weit vorne, habe die Fahne auch beim Start gesehen, aber die war auf einmal relativ schnell weg, weil ich nicht nach vorne gekommen bin. Am Anfang ist natürlich extrem viel los. Die Straße ist ja auch nicht für die Menschenmasse zu klein, zu eng. Und es hat sich erst so ein bisschen entzerrt, als wir auf die Rheinuferstraße gelaufen sind. So, die war ja, die ist dann so breit, dass sich wirklich das Überholen auch entspannt anfühlt. Und man muss nirgends über die Hacken springen oder sonst was. Und dann war ich beim ersten Kilometer schon irgendwie im Hintertreffen und musste dann irgendwie die ganze Strecke runter nach Rodenkirchen, habe ich versucht, mich an dem Pacemaker mit der Fahne unter drei Stunden zu orientieren. Und habe mich da andauernd rangepircht, jeden Kilometer so ein bisschen. Daneben waren irgendwie noch zwei Läufer. Ach, da, Jonas Hector. Und da habe ich so mitbekommen, ja, ja, der hat im Podcast gesagt, der läuft unter drei. Und dann meinte einer so, boah, da hat er aber noch ein bisschen bis zur Fahne, ne? Also die sehe ich gar nicht. War ich richtig happy so nach drei, vier Kilometer. Als die Fahne in Sicht kam. Ja, da irgendwann so ein bisschen, ich kam immer näher, die kam immer näher. Und so nach neun, zehn Kilometer habe ich da den Anschluss geschafft. Und man musste dann nach elf Kilometer einfach so dringend pinkeln, dass ich den Anschluss wieder verloren habe. Und dann war das irgendwie so bitter. Dann bin ich da wieder rangelaufen. Dann ging das auch, war ich dann die ganze Zeit so in der Pacemaker-Gruppe bis zur Luxemburger Straße. Das war dann Kilometer 18, 19. Da musste ich wieder pinkeln. Weil irgendwie, das hat so gepasst. Ich habe nicht so viel geschwitzt, dass ich so viel Flüssigkeit loswerde. Und musste dann wieder pinkeln. Aber ich hätte das nicht machen können, wenn, also ich hätte nicht weiterlaufen können. Es war so unangenehm. Es hat so unangenehm gedrückt. Dann irgendwann habe ich gedacht, komm, jetzt bin ich dran an dem, jetzt laufe ich an dem vorbei. Und das war echt, das war so ein bitterböser Fehler, der sich dann so ein paar Kilometer später gerecht hat. Warum? Ja, ich bin dann so, was war es denn, Kilometer 24 bin ich dann einen Tick vor dem gelaufen. Ich dachte mir, weil an der Verpflegungsstation dann um die Fahne immer so ein bisschen viel los war und man nicht immer so gut rankam, wie gewollt. Deswegen dachte ich, ich laufe ein bisschen vor, da ist weniger los. Dann kann ich die Verpflegungsstation besser mitnehmen. Ja, habe mich aber dann vielleicht auch an jemandem orientiert, der ein bisschen zu schnell für meine Verhältnisse gelaufen ist. Und als wir dann, wir sind ja ganz hoch noch in Niel eine Runde gelaufen, in Nippes da oben und dann auf dem Weg runter, Kilometer 36, ist mein Puls auf einmal, also ich habe bisher immer so einen Maximalpuls, ungefähr dachte ich von 175 und plötzlich 6, 7 Kilometer vor Ziel, Einlauf, war der auf einmal auf 175 von jetzt auf gleich. Und das war so zäh, die letzten 6, 7 Kilometer. Und ich dachte, ich packe es nicht. Also ich packe es einfach nicht, dass ich nicht mehr laufen kann. Aber da muss ich sagen, dann lohnt es sich eben dann doch so einen Marathon in so einer Stadt zu laufen, weil die Leute von außen brutal gepusht haben. Und das hat mir enorm geholfen, die letzte halbe Stunde so annähernd gut zu überstehen, gerade zeittechnisch. Aber ich musste an zwei Verpflegungsstationen, musste ich kurz anhalten, wirklich zwei Becher Cola. Und deswegen habe ich angehalten, ich musste alles mitnehmen. Ich konnte nichts verschütten. und musste alles einfach mitnehmen, dass ich wirklich im Ziel ankomme. Und auch unter drei Stunden, weil ich habe auf die Uhr geguckt und wirklich die letzte halbe Stunde, ich glaube, 150 Mal und habe immer ausgerechnet, was ich für einen Puffer habe. Aber kam denn der Fahntyp von hinten wieder gefährlich nah ran oder hast du ihn nicht mehr gesehen? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, aber ich habe auch so nicht mehr viel gesehen. Also ich hatte, an der Strecke waren auch ein paar Freunde und Familie und die haben mich auch gesehen, ich wurde auch aufgenommen von denen mit dem Handy, aber ich habe niemanden mehr gesehen. Ich war so im Tunnel und ich habe mich einfach nur noch darauf konzentriert, dass ich irgendwie die Füße hochbekomme. Weil ich habe so einen kleinen Tick, das mache ich auch eigentlich immer, wenn ich so laufen gehe. Ich laufe immer ganz rechts an der Strecke. So und hier und da sind ja dann rechts auch so Absperrungen, diese Gitter. und die haben ja so Füße, also die Füße von den Gittern stehen ein bisschen raus. Ja, da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen und da hatte ich wirklich die Bedenken, dass ich irgendwann die Füße nicht mehr so hoch bekomme oder so weit rechts laufe, dass ich da voll drüber laufe und dann wäre es, glaube ich, vorbei gewesen bei mir. Und da muss ich sagen, ja, also extrem gepusht hat wirklich der Rudolf-Platz nochmal, weil da hat man nochmal den Push bekommen, den ich gebraucht habe und Zieleinlauf war natürlich auch phänomenal. Habst du denn, was war denn die Pace, die du laufen musstest? 4.15 oder so? Um unter 13? Ja, 4.16, 4.15, 4.16. Das ist die Pace. Und dann war ich lange Zeit immer drunter. Im Endeffekt bin ich da froh drum. Vielleicht wäre es aber gar nicht so ausgeartet in den Negativbereich, wenn ich mich ein bisschen gezügelt hätte zwischendrin. Ja, gleichzeitig, es gab ja diesen Marathon-Tracker oder auch Halbmarathon-Tracker. Du konntest ja die Läufer tracken, um zu sehen, wo sie sind. Und ich war ja dann schon lange durch und hab dich dann da so ein bisschen verfolgt. Und da sah es sehr souverän aus. Also da hat man von dem Einbruch zumindest nichts gemerkt, sondern da war es eigentlich die ganze Zeit so, da wird ja dir auch so eine errechnete Zielzeit angezeigt. Ja, genau. Und da warst du immer so drei Minuten drunter oder so. Also hattest Puffer. Den Puffer habe ich, wie gesagt, auch gebraucht. Es hätte auch wirklich nicht viel länger gehen können. Ich bin dann ins Ziel rein und auch in der Wettkampf-Info, da steht ja, bitte den Weg freimachen für die dahinter. Und ich habe versucht, so weit zu gehen, wie ich konnte und wollte mich dann aufstützen auf meine Oberschenkel. Einfach kurz Pause machen. Und dann dachte ich, komm, geh noch ein paar Meter weiter, dass die anderen auch entspannt ins Ziel laufen können. Ich bin drei Meter gegangen, ich konnte wieder nicht. Ich habe mich also die ersten, die ersten, ich würde jetzt sagen, 25 Meter nach dem Ziel habe ich mich immer so streckenweise vorgearbeitet, bis es dann einigermaßen ging. Ja. Und da, ja, und da habe ich so eine kleine Anekdote, weil du gehst ja da durch, du wirst ja so durchgeschleust. Das ist ja wie so ein Schlauch, einmal ums Eck, kriegst deine Medaille, kommst dann ins Verpflegungsdorf, wo es nochmal Trinken, Essen gibt. Und das, was da so ein bisschen gefehlt hat, fand ich, war eine Sitzmöglichkeit. Ja, und es war bei uns auch viel zu voll einfach. Also du wolltest, weil eigentlich ist es ja geil, dass man dann was essen und trinken kann, aber für mich war ja das Gefühl, man will da raus, weil es war wirklich so eng zusammenstehen, dass man gar keinen Bock hatte, da zu verweilen. Und das ist ja irgendwie schade. Ja, das ging bei mir noch, weil ich ja unter den ersten 200 dann vom Marathon war und ja ein paar auch schon viel früher durch waren, also gerade die, die da auf Sieg gelaufen sind und mit zwei Stunden zwölf oder so ins Ziel gekommen sind, die waren dann natürlich schon weg. Das heißt, bei mir war es ja recht entspannt. Aber ich wollte mich dann auch einfach gerne mal hinsetzen, was jetzt nicht unbedingt so möglich war. Und dann war wieder, das hatte ich ja in der Vergangenheit schon mal, war meine goldene Rettung das Dixi-Klo. Da kann ich mich ja entspannt hinsetzen. Da ist es auch nicht so kalt, da zieht es nicht durch, da ist es nicht schade, also steht zwar im Schatten, aber bin ich da rein, dachte, ey, ich setze mich jetzt da hin, ich muss mich hinsetzen. Und dachte aber gleichzeitig auch, komm, zieh lieber die Hose runter, wenn was kommt, dann ist es auch egal, dann sitzt ihr ja eh schon drauf. Und so war wieder das Dixi-Klo, ein treuer Freund und Helfer. Das glorreiche Ende. Das glorreiche Ende von meinem Marathon war das Dixi-Klo. Und das war wirklich wichtig. Weil da konnte ich zwei Sachen verbinden. Zwei in eins, das Zwei in eins Dixi-Klo. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, dann bin ich raus. Meine Frau war dann da, hatte frische Sachen dabei, da habe ich mich umgezogen. Und dann wollten wir noch Freunde anfeuern gehen. Jetzt sind wir einfach vom Ziel rüber an die Strecke, der schnellste Weg. Da haben wir natürlich auch mit dem Tracker verfolgt. Und dann standen wir da an der Strecke und wir haben gesehen, der kommt gleich. Der müsste jeden Moment da sein. Und da waren eben auch ein paar Läufer so unterwegs. Da haben auch ein, zwei rausgerufen so. Hey Jonas, ja warum läufst du nicht mit? Was ist? Ja, da war ich schon durch. Hast du die Medaille so hochgehalten, Freunde. Ja, gib doch mal ein bisschen Gas, hey. Ja, Gegenfrage, warum brauchst du so lang? Zieh doch mal an, Junge. Ja, und ich muss insgesamt sagen, es war echt ein cooles Erlebnis, gerade mit den Hotspots an der Strecke. Da würde ich so fast die Severins Torburg, also Severinstraße generell, die Sülzburgstraße, die Vennloher Straße. Und Rudolfplatz war wirklich top. Ja, Rudolfplatz. Und klar, der Zieleinlauf. Und das hat zwischenzeitlich schon so gepusht, dass man, also ich war dann immer an den Stellen, war ich immer zwei, drei Sekunden eigentlich unter meiner Zeit. Ja, das ging mir genauso. Da war ich einfach so euphorisiert. Das hat einen wirklich, fand ich auch, wenn man so, es gab immer so auch so leere Stellen, wo ich so dachte, jetzt werde ich so einen Ticken langsamer. Und dann kam aber zum Glück wieder so ein Hotspot, der einen so nach vorne gekickt hat. Das war immer gut. Ja, wir sind dann auch, die innere Kanalstraße, da stand kaum jemand. Das ist dann eben auch zäh. Und genauso hinten raus, als ich dann eingebrochen bin, da sind wir die Amsterdamer Straße runtergelaufen. Da stand keiner. Da konnte dich keiner anfeuern oder sonst was. Keiner pushen. Und da dachte ich, ich werde es niemals schaffen. Ich muss gehen gleich. Ich muss erst mal gleich für zwei, drei Minuten gehen. Aber dann bist du irgendwie wieder über den Hansa-Ring gelaufen. Da war dann viel los. Und da war man, also ich war dann wieder da. Also, naja, also mein Körper war da. Der Geist hat schon lang abgeschaltet bei Kilometer. Ja, also ein Bekannter hat geschrieben, ja, am Rudolfplatz, und vom Rudolfplatz waren es ja noch so anderthalb Kilometer, glaube ich, dann wirklich. Und der hat geschrieben, ja, und geile Zeit. Also hatte meinen Lauf bei Strava kommentiert, geile Zeit und so entspannt noch unterwegs gewesen. Und dieser Trugschluss, dass ich wirklich noch irgendwie annähernd frisch gewesen wäre oder fit, das ist dann, da konnte ich mich ganz gut auf der Straße verkaufen. Und deswegen, ja, danke für die Unterstützung. Also es waren viele Leute, die mich da zu der Zeit auf jeden Fall gepusht haben. Ja, muss ich auch sagen, also das war wirklich, jeder, der da an der Strecke war, das war einfach geil. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Das sehe ich genauso. Bei mir war es, bei mir war es auch so, bei mir war es vor allem der erste Kilometer genauso, wo es mich genervt hat. Ich musste ja nicht ganz so schnell laufen wie du, aber 5,40 war so mein Schnitt, über den ich nicht drüber durfte. Und auch da hat es mich schon genervt, beim ersten Kilometer, dass es halt so eng war, dass man so direkt hinter die Zeit fällt. Und dann habe ich, ich hatte aber keinen Bock, ich wollte nicht schon so aus psychologischem Grund, wollte ich nicht direkt den ersten Kilometer hinter die Zeit fallen. Dann habe ich da so, auf der Brücke konnte man ja dann auch so auf den Bürgerstein wechseln, bin dann auch so im Slalom, so irgendwie die letzten 300 Meter vom ersten Kilometer so richtig angezogen und bin genau bei 5,38 den ersten Kilometer reingelaufen, also knapp runter. Und ab da wurde es dann auch langsam bei uns besser und weiter. Und dann eigentlich, sagt man ja auch, man soll nicht zu schnell loslaufen, aber ich bin dann doch immer irgendwie so im 5,20er Schnitt, also doch deutlich schneller. Aber es fühlte sich auch immer so an, als würde ich es einigermaßen halten können. Und das ging eigentlich auch. Also man sieht dann schon in den Zeiten, die erste Stunde bin ich glaube ich, nicht erst Stunde, erste Hälfte in 54 Minuten und die zweite Hälfte in einer Stunde. Also geht dann doch schon runter, aber noch im Rahmen. Also ich meine, du hast es ja jetzt wirklich sehr souverän geschafft. Da muss man bei dir mal hinterfragen, ob das mit dem Zeitnehmer so mit rechten Dingen zugeht, auch mit der ungefähren Einschätzung im Vorhinein. Das war ja beim 10-Kilometer-Lauf auch schon, da war es ja viel zu schnell für das, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Deswegen, wenn wir das in Zukunft wieder machen, dann lege ich mal deine Zeit fest. Der Punkt ist, ich glaube, mich pusht halt so dieser Wettkampfcharakter schon nochmal sehr nach vorne. Ich weiß nicht, im Training kriege ich mich da nicht. Also ich glaube, also das war ja jetzt auch persönliche Bestzeit, was ich gelaufen bin. Also ich glaube nicht, dass ich das so in einem normalen Lauf gelaufen wäre. Also wenn ich einfach so 21 Kilometer laufen gehe, laufe ich das nicht in einem 5-22er-Schnitt. Ja, ich hätte auch nach 36 aufgehört, wenn ich einfach so laufen gewesen wäre. Hätte ich gesagt, vielen Dank, das war es für mich. Tschüss, macht's gut. Ja, das ist ja die Gefahr, also gerade bei so langen Läufen und das habe ich jetzt beim Marathon, das war ja mein erster und ich bin ja maximal 30 Kilometer gelaufen. Das wirklich stimmt, was die Leute sagen. Alles, was nach so ab 35 passiert, das ist ungewiss und das war auch bei mir ungewiss. Ich habe mich auch die ganze Zeit wirklich gut gefühlt, aber das ging so schnell, dass mein Puls ist einfach von jetzt auf gleich, das sieht man auch bei mir bei der App, bei der Fitness-App, der ist einfach, der ist die ganze Zeit gestiegen, super angestiegen, also so wie es bei so einem langen Lauf auch ist. Auf einmal ist aber ein steiler Anstieg. So und dann war ich oben und da bin ich einfach nicht mehr runtergekommen. Deswegen, das ist schon, ja so komisch, wenn man über weite Strecken, über zwei Stunden denkt, das läuft ja alles wie geschmiert. Ja, ich bin auch die ganze Zeit vor der Fahne gelaufen zum Glück, weil ich habe dann auch gehört, Freunde hinter mir, die knapp dahinter waren, da war es, weil diese unter zwei Stunden Zeit ist natürlich beim Halbmarathon auch sehr beliebt, die konnten nicht mal ins Ziel einlaufen, weil es so dicht gedrängt war. Also die mussten vor dem Ziel noch kurz stehen und gehen. Das ist natürlich dann echt schade. Ja, voll. Weil gerade das fand ich ja auch geil im Zieleinlauf. Also deswegen, ich habe gar nicht so Erinnerungen an den Zieleinlauf wirklich, weil man da ja wirklich versucht, nochmal so durchzuziehen auf diesem roten Teppich und ein bisschen zu sprinten oder naja, sprinten. Also das, was noch so drin ist. Eben, was so drin ist im Tank, ne? An Reserve. Aber das fände ich super ätzend, wenn man dann da nur gehen kann. Ja, ich habe, ich habe nämlich, meine Frau hat mir von Insta gezeigt, da ist irgendwie vom Marathon selbst oder ich weiß gar nicht, auf welcher Seite die das gesehen hat, der Zieleinlauf vom Sieger, der wirklich hinten raus nochmal zugelegt hat und da, und dann ist irgendwie meiner und das ist einfach wie so ein vollgeschissener Strumpf, der sich einfach nur über die Ziellinie rettet. Der Vergleich war, war, ja, bitter für mich. Das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das muss man eigentlich mal so gegeneinander schneiden, so untereinander. Ja, ich hoffe, das war nur die Story und das ist jetzt irgendwie weg. Ist schon weg. Aber, ich habe jetzt die Mail bekommen vom Marathon, da gibt es jetzt das Relife, also, man kann auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ich weiß nicht, ob dann irgendein Zieleinlauf dann von uns, von mir da mit drin ist. Ne, ich wollte nur von meinem schönsten Anfeuerungsruf noch erzählen. Auch irgendjemand, der mich erkannt hat und gerufen hat, Lauf, mach es für Markus Söder, Lauf. Da musste ich dann doch sehr herzhaft lachen. Das hat mir auf jeden Fall auch nochmal einen Boost gegeben bei Kilometer 15 oder so. Ja, da waren ja auch so viele, die sich natürlich auch Gedanken gemacht haben und irgendwie sehr lustige Sachen auf die Schilder geschrieben haben und ich konnte leider ganz, ganz wenig davon einfach noch lesen. Ich glaube, da waren schon ein paar richtig lustige Sachen dabei. Doch, also so ein paar habe ich so mitbekommen aus dem Augenwinkel. Schneller, der Aperol wird warm. So was. Also, es gab schon viele Alkoholanschläge. Zack, hattest du deinen Boost. Scheiße, der Aperol wird warm. Ist doch ein bisschen schneller laufen. Das ist doch einfach ein schöner Abschluss, dein Markus Söder Anfeuerungsanruf. Wir haben auch einfach schon jetzt eine halbe Stunde über diesen Marathon geredet, aber der hat natürlich auch viel Platz in unserem Leben eingenommen. Ja, war ja ein Once in a Lifetime Moment quasi. Ja, bis nächstes Jahr, wenn du deinen ganzen Marathon läufst. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ja, was ist sonst noch passiert die Woche? Ja, bei dir ist ja ein bisschen was passiert aus deiner Nische, aus deiner Politik-Nische. Was? Was ist denn passiert? Also, ich habe eigentlich nichts mitbekommen. Also, schon interessant, dass jetzt nach all den trostlosen Andreas-Scheuer-Jahren ohne Rücktritte auf einmal Spitzenpolitiker alle zurücktreten, aber nicht mal, weil sie irgendeinen großen Fehler begangen haben, sondern entweder aus gesundheitlichen Gründen oder aus Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen, das sind zwei Wörter, die kennt Andreas-Scheuer gar nicht. Also, erst ist ja die Grünen-Spitze gesammelt, zurückgetreten und jetzt gestern auch der Generalsekretär Kevin Kühnert und ich finde eigentlich beides schade, vor allem bei Ricarda Lang und Kevin Kühnert, weil es beides junge Politiker vor allem sind und ich das ja immer schön finde, wenn junge Politiker auch in der Spitzenpolitik sind, die mal einen Ausgleich zu den ganzen 70-Jährigen in der Politik geben, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Also, ich finde das immer gut, dass da auch mal die Perspektive der eher 30-Jährigen oder vielleicht sogar noch drunter gezeigt wird. Deswegen, in der Hinsicht finde ich das wirklich schade. Und in welcher Hinsicht findest du ist es nicht schade? Naja gut, ich finde es schon spannend, bei Kevin Kühnert ist es natürlich sowieso was anderes, da erstmal gute Besserung, der ist ja aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, aber bei Ricarda Lang und Omid Nubipur finde ich es insofern, also nicht schade ist der falsche Ausdruck, sondern spannend, dass sie den Weg freimachen, um die Partei neu aufzustellen und das finde ich einfach politisch interessant, ob das denen nochmal einen Push gibt, den Grünen, wenn das dann, es soll ja diese Staatssekretärin aus Habecks Wirtschaftsministerium machen und der Abgeordnete aus Duisburg glaube ich, also Represent NRW wieder ganz vorne dabei, ne? Und das finde ich einfach politisch interessant, was daraus folgen wird. Ja, es ist ja jetzt auch, wir sind jetzt ein Jahr vor der Wahl, also es geht ja jetzt wirklich darum, sich zu positionieren und das muss ja jede Partei jetzt auf ihre Art und Weise oder bestmöglich versuchen zu machen. Das hast du schön zusammengefasst, wir könnten dich auch mal bei Phoenix hinsetzen, so als Politikgesprächspartner. Ne, auf gar keinen Fall. Herr Hector, was müssen die Parteien jetzt tun? Ja, es geht darum, dass sie jetzt die bestmögliche Neuaufstellung vor der Wahl hinkriegen. Einfach mal ordentliche Leute, gute Leute hinstellen, das ist eine Personenwahl. So, Punkt. Das ist eine Personenwahl. Einfach nette, persönliche Leute. Ja, zack, da kann man punkten. Ich sag ja, deine Partei hat Zukunft. Das müssen wir aber auch langsam ran an den Speck, ne? Läuft zwar alles im Hintergrund, aber das braucht eben noch seine Zeit. Übrigens, da auch mal eine Guckempfehlung der Kollege Markus Feldenkirchen, der ja auch bei uns schon mal zu Gast war, hat ja dieses, finde ich, wirklich tolle Format Konfrontation, wo er Politiker über einen langen Zeitraum begleitet und sie sich dann zusammen den Film angucken und der Politiker oder die Politikerin dann auch immer Stopp sagen kann, wenn ihr was nicht passt und just zu Ricarda Langs Rücktritt ist der Film über Ricarda Lang rausgekommen und fand ich wirklich sehr sehenswert. Also, viele Grüße an Herrn Feldenkirchen an dieser Stelle. Kann gerne noch mal zu Gast kommen und uns davon berichten. Ja, ich fand, ich habe gerade in der Vorbereitung auf die Folge, als er zu Gast war, habe ich mir eine Folge angeguckt mit Sarah Wagenknecht und ich finde schon auch, dass das ein gutes Format ist. Vor allem, weil man die Politiker auch mal von einer anderen Seite kennenlernt. Ja, A, das und B, dass einfach wirklich das, was man oder was der Journalist ja im Endeffekt mit dem Material anstellt, nochmal bewertet werden kann vom Politiker selbst oder von der Politikerin und dass man da eben den direkten Austausch über Meinungsverschiedenheiten oder Ansichten auch in dem Fall hat, das ist, das ist schon interessant. Deswegen, spannend, es geht, der Wahlkampf wird jetzt langsam anrollen. So wie das die Amis ja machen, da habe ich auch wieder was, da wurde wieder ganz tief gekramt in der Schmutztüte oder wie, wie, in der Schmutzschublade von den Republikanern, denke ich mal, weil da kam jetzt raus, eine Schlagzeile, dass der Mann, der aktuelle Ehemann von Kamala Harris ja früher seine Ex geschlagen haben soll. So, also, wir sind wieder auf der Schmutzschiene, das heißt, es wird einfach nur versucht. Aber stimmt es denn oder wird es einfach nur behauptet? Das ist ja jetzt schon eine entscheidende Information. Ja, ich glaube, es ist einfach, es wurde behauptet und das reicht ja manchmal schon, dass erst mal sich jemand rechtfertigen muss. auf jeden Fall wurde es behauptet. Erst mal behaupten. Ja, erst mal behaupten und gucken, ob was dran ist oder nicht. Das kann sich ja auch immer ein bisschen ziehen. Ja, vielleicht müssen wir das einfach auch übernehmen. Ich behaupte ja, Jonas Hector ist mit dem FC Köln deutscher Meister geworden. Behaupte ich einfach so. Ja, ich werde es nicht remedieren. Die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem sehr, sehr gering. Dass wir damit durchkommen, meinst du? Mit der Behauptung? Mit der Behauptung kommen wir, glaube ich, faktisch zu leicht zu widerlegen. Ich fand aber auch die Aussage von Trump toll, dass Kamala Harris einfach behindert ist. Er hat sie einfach behindert genannt. Also auf dem Niveau ist man da angekommen. Ich glaube, der Wortlaut war irgendwie, ja, Joe Biden, der wurde ja mit den Jahren behindert. Und Kamala, she is behindert. Sag ich jetzt mal mit einem schönen Deutsch-Englisch. Zitat Donald Trump, she is behindert. She is behindert, ja. Aber ja, das ist, ich sag ja, und wenn dann so ein Gerücht da aufkommt, dann wird das erstmal von jedem hinterfragt. Und er soll, er soll sie geschlagen haben, seine Ex. Er soll. Das ist das, was ich hier noch sagen kann. Also es geht wieder nur um Inhalte. Es geht nur um Inhalte. Noch nicht mal von denjenigen Personen selbst. Was habe ich noch mitbekommen? Ich muss sagen, Sonntag habe ich sehr wenig mitbekommen, weil wir dann noch abends essen waren. Aber eine Sache ist natürlich aufgeploppt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In der zweiten Liga, da waren einfach das Spiel Magdeburg gegen Fürth. Da waren zwei Handspiele. Ah, das habe ich am Rande mitbekommen. Da waren, ja, erzähl mal. Ich sag dir, guck dir die Zusammenfassung an. Also das kann gar nicht sein. Also es war auf jeden Fall erste Situation mit der ersten Halbzeit. Der Torwart von Fürth hat den Ball irgendwie aufgenommen, steht im Sechzehner, guckt, wo kann ich jemanden anspielen, anrollen oder sonst was. Dann rollt er, wie gesagt, der Ball war im Spiel, das Spiel lief, rollt er den Innenverteidiger an und er hatte einfach einen Blackout und hat einfach den Ball in die Hand genommen, weil er dachte, es wäre Abstoß. Das Spiel wäre unterbrochen und er hat einfach den Ball in die Hand genommen und der Magdeburger Spieler läuft den auch an und läuft dahin und der hat es am Anfang, glaube ich, auch noch nicht so richtig gecheckt und fängt dann an so ein bisschen und ja, der Schiri pfeift natürlich Elfmeter und alle waren so perplex und der Schiri sagt so, ja, was soll ich machen? Also, was soll ich machen? Da gab es da Elfmeter, daraus entstand auch das Tor, nicht direkt, aber das ist entstanden und dann, kurz vor der Halbzeit, läuft ein vierter Spieler, also Gegenseite, ein vierter Spieler läuft Richtung 16er von Magdeburg, wird von hinten gefoult, also, eigentlich ein klares Foul, der Ball rollt in den 16er rein und für den Magdeburger Spieler war es auch ein klares Foul, der hat einfach den Ball aufgenommen, aber der Schiri hat da noch gar nicht gepfiffen. Also, der nimmt den auch in die Hand und läuft wie selbstverständlich irgendwie nach vorne, als ob da schon Freistoß gepfiffen wurde und der Schiri sagt so, ja, auch wieder, also, was soll ich machen? Also, ich hab dich gepfiffen, es ist ein Handspiel im 16er, also, ich muss den Elfmeter pfeifen. Also, die erste Halbzeit war so kurios, dass sie einfach diese, ich weiß nicht, was da los war in Magdeburg. Wie war das nochmal? Die beste zweite Liga der Welt, ne? Ja, und wie gesagt, guck dir das mal an, guck dir, es reicht die erste Hälfte an Kuriositäten, auf jeden Fall. Das war, das war, das habe ich auch am Rande mitbekommen, dann hat ein Kumpel mir es geschildert und dann habe ich mir es, ja, gestern Morgen angeguckt und es lohnt sich auf jeden Fall. Und du fragst dich, also, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann das passieren? Tja, da freut man sich ja fast über den souveränen, langweiligen Sieg vom FC. Ja, voll. Das war auch mal wichtig. Ich habe noch, ich musste auch noch, letzte Woche hatten wir ja eine Folge der Gegendarstellung deinerseits. Ich habe von meinem Freund, der bei den Altherren letzte Woche die Auseinandersetzung hatte, soll ich bitte auch noch eine Gegendarstellung vorlesen? Du meinst, du meinst die, also das war die Szene mit, der erfolgt mich zuerst, natürlich dreht dich dann nach, ne? Ja, genau die war es. Und zwar kam dann Mittwochmorgen relativ früh, er hat anscheinend relativ früh die Folge gehört. Gegendarstellung. Ich wollte meinem Gegenspieler nur seine Defizite im Zweikampfverhalten klar machen. Ansonsten streite ich ab, dass die Worte wie dargestellt so gefallen sind. mit einem Lachsmiley. Er meinte aber noch, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hattest, ansonsten wäre es aber tatsächlich ein guter Titel für meine Biografie. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war in der Folge. Ich trete nach oder oder dann drehte ich nach. Und da habe ich gesagt, er ist ja kein Kind von Traurigkeit und er meinte, das wäre ein ganz guter Titel für seine Biografie. Aber ich finde gut, dass wir jetzt immer auch Gegendarstellung ja, hat sich wohl Drucken hätte ich fast gesagt, aber wir sind ja ein modernes Medium. Hier wird nicht gedruckt. Hier wird vorgelesen. Ich meine, da kommst du ja auch nicht mehr raus. Vielleicht kommt auch eine Gegendarstellung, dass ich irgendwie vielleicht nicht deutscher Meister im MFC wurde. Das wäre traurig. Vielleicht kommt ja noch eine Gegendarstellung, dass du den Marathon überhaupt unter drei Stunden gelaufen bist. Das wäre, das wäre, nee, das werde ich verhindern. Ja, meine, also, meine Frau hat das nicht mitbekommen, dass wir die Wette laufen haben im Podcast. Und Samstag Hast du es hier verschwiegen, oder was? Ich habe es verschwiegen, weil ich der Meinung war, dass ich das ohne Probleme hinbekomme. Und wir waren Samstag, sind wir zum Essen gefahren. Was haben wir gemacht? Oder sind ins Stadion gefahren. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir irgendwo hingefahren. Und dann sagt jemand, ja, Jonas, wie sieht es mit der Wette aus? Wie fühlst du dich? Sagt sie, was für eine Wette? Ich so, ja, wenn wir jetzt, wenn ich es nicht packe unter drei Stunden, dann muss ich mir die Frisur von Toni Kroos machen. Nee. 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 Da lasse ich mich scheiden. Und ich so, also bei mir, ich so ganz ruhig, das packe ich ohne Probleme, mach dir mal keine Gedanken. Also bei mir ist es ähnlich abgelaufen, aber nicht mit dem Wortlaut, ich lasse mich scheiden, weil wir sind ja nicht verheiratet, sondern zuerst wurde die Frisur von Toni Kroos gegoogelt, begutachtet und dann fielen die Worte, dann verlasse ich dich. Also ey, okay. Da sind sich unsere Frauen auf jeden Fall einig. Ja, das kann man sagen. Aber wir haben es ja gepackt. Ja, ohne Probleme. Auch die Worte waren ein Antrieb für mich. Deswegen danke nochmal für die Unterstützung, Schatzi. Ja, also bei mir sind vor allem auch wirklich meine Freunde enttäuscht. Also es ging sogar so weit, dass zwei Freundinnen, die auch unter zwei eigentlich laufen wollten, mir schon vorher gesagt haben, dass sie so absichtlich mit mir mitlaufen und dann aber langsamer laufen und sagen, ey, wir sind top in der Zeit. Das wird schon ganz mal entspannen jetzt. Jetzt weiß ich, warum du in eine Sportuhr investiert hast. Also ich habe mir extra noch eine Sportuhr gekauft und die war auch Gold wert. Ich habe immer auf die Base geguckt, da nichts anbrennen lassen. Weil auch diese Vorstellung, dass ich irgendwie im Bundestag rumlaufe mit dieser Toni-Kroß-Frisur, die war Antrieb genug. Ja, es war auch ein wirklich sehr guter Antrieb und ich war aber, das muss ich im Nachhinein sagen, viel zu selbstsicher, dass ich mir auch nur dich in der Heute-Show vorgestellt habe mit den Haaren. Nur nicht mal mich. So fahrlässig war ich. Naja. Wir haben es ja, wie gesagt, du meintest es ja, wir haben es geschafft. Ach ja. Es ist alles gut gegangen. Unsere Frauen sind happy. Jetzt fehlt eigentlich Happy Rife, Happy Life. Eigentlich nur noch eine Sache zum Glücklichsein. Ja. Und da habe ich mal eine Frage an dich. Denn im Schulsekretariat klingelt das Telefon. Eine tiefe Stimme sagt, ich möchte den Schüler Michael heute wegen einer Erkältung vom Unterricht abmelden. Jetzt kommt die Frage, und mit wem spreche ich? Will die Sekretärin wissen? Bekommt sie die Antwort, mit meinem Großvater. Hm. Hm. Naja. Ich würde so sagen, ist eher ein Rätsel. Ist eher ein Rätsel, als jetzt. Zur Strafe muss sich der Expressredakteur jetzt die Toni Kost verschneiden lassen. Das fände ich gerecht. Absolut. Ja, dann wird es mal Zeit, dass wir uns mal wieder persönlich gegenüber sitzen. Vielleicht, vielleicht ja nächste Woche. Vielleicht ja nächste Woche. Würde ich auch sagen. Vielleicht ja nächste Woche. Bis dahin wünsche ich eine schöne Restwoche. Erholung vor allem. Erholung. Beine lockern. Beine lockern. Und in die Eistonne. So nämlich. Bis dahin. Äh. Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.